Im nächsten Mal Back, Babys We're Back Und wieder die Scheisse mit dem Containern Aber diesmal gewinne ich, Alter Diesmal lass ich Markus noch die Scheisse abziehen hier So, zack, First Kill Andy, Headshoted hier Richtig mit Skill aus der Luft Im Strom So, da geht er direkt los Oh Mann, ich hab auch schon Axtkill Aber Leider hat Markus hier wieder eine Killsteam Und da wurde ich geaxelt und hab wieder null Punkte Nein, ich hab nur 5 Punkte Geil Ich hab dich leider nicht geaxelt bekommen Von hinten Ne Spread in space So, spread in space getötet Und da kommt ein anderer Schuss und tötet mich werden auch ich mich selber getötet ich wurde geaxtet von dir cool ich hab wieder null punkte jetzt bist du ein opfer alter jetzt bist du sowas von opfer ich würd dich so ficken cool der eine typ da campt oh er hat mich wieder gekillt der scheiß camper wieviel punkte hast du bist du erster ja du bist du erster ich muss irgendwie dich aufhalten mein primary Ziel ist jetzt verhindern dass du gewinnst weil ich hab immer noch null punkte oder ich kann eh nicht mehr gewinnen seitdem du mich geaxtet hast hab ich nicht mal mehr gegner gefunden und meine axt werfe ich natürlich an dir vorbei den Typen hier treffen natürlich wieder sofort mit ab dem ich nicht wenn ich will dich treffen mit dem was was kommt ja ist klar weil es besser erster nicht der schafft es diese fuck und so ex auszureichen mann ich ja natürlich wer kann jetzt jeder von hinten schnitzel rasieren alter ich hab grad ne richtig gutes Trick gehabt ok schnitzel das ist nicht ok und mein Brad in Space oh ich hab ihn gekillt nice kein Brad in Space wer der sagt dass du nicht mehr erster bist natürlich bist du erster aber ich bin zweiter ich bin zweiter ich dreht er sich um er weiß ist ja natürlich kaum das schießt er hat mich jetzt geaxelt als das direkt nur weil ich mag ja jetzt wurde ich wieder geaxelt alter die leute wissen schon wie sie verhindern immer kurz bevor ich hab mich dauer geaxelt ich meine selbst die Kinder ja wieder von hinten so ein mongo zumindest hat er mich nicht geaxelt wo bist du alter ich muss dich endlich mal ein bisschen runterdrücken von deinem niveau da weil ich bin schon lange nicht mehr auf siegreichweite fick dich doch du wohnst so naja oh jetzt kommt so ein spost fliegt hoffentlich nochmal mit einer Axt nein also wie ich noch mehr wätschen oh wer war das jetzt von der Seite ich hab grad dabei so ein scheiß Camperliss auseinanderzunehmen losgelaufen der wichser das sind die leute merks natürlich ja natürlich möchte ich von hinten wieder einer ein ich hab dich aber gekült oh man jetzt boah komm ficken dieser modus wird nicht mehr mit Markus gespielt ohne scheiß wie er einfach erster und zweiter Platz ist wie geht das wie geht das du bist erster und zweiter hallo hallo Hacker Hacker Report da war erster und zweiter Platz ich glaub ich hab ne Challenge für dich du hast so lange das Rage-Modschwing du mich besiegt Hacker 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 das ist jetzt ne Challenge Alter der hat zwei Plätze in Gleichzeit gelegt oh ne scheiß jetzt wenn du Tab drückst dann steht da so die Rangliste und du warst einfach unter uns zweiter Alter ich back einfach in der Wand naja Leute ich hab zu sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einer weiteren Folge servus und ciao tschüss Bis zum nächsten Mal.